Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder ein Schlechtestes vs. Bestes und diesmal Schlechtes vs. Bestes Kino. Leute, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben auf dem Video da und schreibt in die Kommentare, was wir als nächstes bei Schlechtestes vs. Bestes machen sollen. Ein random Kommentar wird von uns 200 Euro bekommen. Ernst! Keine Lügen! Ernst! Ihr könnt so oft kommentieren, wie ihr wollt. Schreibt aber euer Instagram-Account in eure Nachrichten mit rein. Ja. Ich hab hier die Namen alle in einer Schale und ich werd sie nacheinander rauspicken. Ein Team wird dann zum Schlechtesten und ein Team zum Guten fahren. Seid ihr ready, Jungs? Der magische Finger. Digga, das Ding ist, Leute, wir sind heute ehrlich in einem der krassesten Kinos, die es gibt in Deutschland. Ich will nicht in diesem Möchel nur rein. Ich will einfach nicht. Ich liebe Kino über alles. Team 1! Als Erste Mitglied. Ohmett! Ohmett! Ohmett ist in Team 1. Fangen wir an mit Team 2, okay? Team 2. Wir gehen rein. Erster Kandidat. Du bist übrigens jetzt Team Captain. Ah, okay. Weil der erste ist Team Captain. Jordan! Ohmett! Okay, wir haben die beiden Team Captains. Ohmett und Jordan. Okay, ich bin gespannt. Team 1 jetzt wieder. Ich habe jetzt schon das Gefühl, ich bin in einem schlechten Team. 100%. Nein, 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 nein. Ab jetzt gute Laune. Ab jetzt gute Laune. Ich glaube Jordan hat. Boah! Nimm den da. Es ist... Sammy! Jetzt bin ich doch mit dem Team aus. Jaja. Lass ihn raus. Lass den Affen aus dem Zoo! Den Affen aus dem Zoo. Den Affen aus dem Zoo? Affen aus dem Zoo, ne? Ich wusste nicht mal, dass es ein Team. Okay, und damit im letzten Team ist... Ah ja, Umut. Oh mein Gott. Stark. Wir sind im Team. Bruder, hast du gute Vibes oder schlechte? Sei ehrlich. Oh mein Gott, Bruder! Ich bin ins gute Kino! Lass uns in die Autos! Jeder braucht einen Teamnamen. Wir fangen an! Wir fangen an! Ich sag, ich sag, ich sag. Wir sind Team... Bruder! 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 Ich schwöre... Bruder! 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 Digga, ich hab mich so gefreut, ne? Guck mal, selbst wenn wir ins gute Kino kommen, ich hab keinen Bock auf euch. Bruder! Wir sind in den Kollegen, Bruder! Wir sind in den BBC. BBC! Was heißt das? Bundesweit Best Cinema! Ein Applaus dafür, ne? Bundesweit... Bundesweit... Bundesweit Best... BBC! Weißt du was BBC eigentlich heißt? Wir sind die BBC Sticker! Beide Teams werden sich jetzt in Autos setzen und zu ihren Locations fahren. Welches das gute Team ist, wissen sie aber selbst doch nicht. Heute wird dein bester Kino, bist du da mal auf jeden Fall. Weißt du warum? Weil ich dir als Teamkapitän sage, dass wir zum besten Kino werden. Stark! Das sind die Vibes, Digga! Das sind die Vibes, die wir brauchen! Die ganze Zeit! Ich höre, wir gehen zu den Kino! Das will ich hören! Ja! Ich hatte ein richtig gutes Gefühl! Ich sag ehrlich, ich hatte ein richtig gutes Gefühl! Auf der Endfahrt! Ab zum guten Kino! Hey! Hey! Ich bin Hoskina! Real Talk! 50 Euro PSN in den Kommentaren, wenn wir nicht im besten Kino sind! Vor allem dir! Ja! Stark! Von mir auch 50, 100! Ja, okay, von mir auch 50! Boah! 150 Euro! Ich frag mich, wie es wohl bei den anderen gerade aussieht! Checkst du den Übergang? Ja, jetzt zeigen die die anderen im Video! Grüner Mann und Taxi! Weil ich zahl keine Steuer! Ja, ich war mal am Ende! Geh den Sexgang! Okay, wir fahren jetzt die A46 Richtung Dortmund! Wisst ihr was? Blödlichkeit ist direkt neben Dortmund! Walla! Nein, nein, nein! Direkt neben Dortmund! Nein, nein, nein! Direkt neben Dortmund! Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Nein, nein! Was heißt das denn? Um mir einfach die Augen zu, Bruder, und träumt von einem BBC, Junge, ja? Team Bruder! Team Bruder! Team Bruder! Wir sind eine Runde gefahren, Bruder! Wir fahren zurück ins Studio! Schlangen, von wo wir gestartet sind, ist neun Minuten entfernt, Bruder! Und dann wussten wir schon, okay, das wird jetzt sehr spannend, ne? Der Trip, also, das kann nur in die Hose gehen! Nein, das sind Paderborn! Außer wir bleiben drauf! Entweder fahren jetzt noch nichts, oder wir bleiben drauf! Nein! Du, Preis! Ja! 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 Ausfahrt Paderborn jetzt da drauf stand, dachte ich wirklich, wir fahren nochmal zurück, weil der Fahrer, also erst im aller allerletzten Moment, bevor die Ausfahrt nach Paderborn ging, ist er nochmal nach links gegangen, nach Düsseldorf und ich glaube Richtung Köln war das und dann wusste ich eigentlich, ja, aber wird schon eine längere Fahrt und Road to Best Kino in ganz Deutschland ist sehr, sehr, sehr sicher. Jungs, lass die anderen anrufen, oder? Und dann sagen wir denen, wir glauben, wir fahren nach Lütenscheid. Hey, 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 Hamlet ruft an. Nein, nein. Nein. Was geht denn? Was geht denn? Er ist schon da? Nein, die Fahrten fahren. Hey. Ja. Ja? Ja, Luder. Wisst ihr wann, Luder? Wisst ihr wann? Was? Wir fahren auf jeden Fall an einem Bauernhof vorbei. An dem Bauernhof? Ja! Ja! Wissen wir, wohin wir waren? Wir waren echt in Lütenscheid, worüber wir geredet haben, dieses krasse Kino. Wir fahren gerade zum besten Kino in Deutschland. Wir fahren gerade zum besten Kino in Deutschland. Wir sind gerade, Bruder, zweimal im Kreis gefahren. Wir waren wieder acht Minuten von Schlangen entfernt, Bruder. Die sind zweimal im Kreis gefahren und waren wieder entstanden. Hey. Jordan, soll ich dir sagen, was das ist? Das ist Karma, du kleiner Wichser. Weißt du warum? Weißt du noch, 2017, ein Jahr nach der IM? Heißt du mir auch wusste, geh raus? Ah! Das hat ja auch gelegt. Digga, die sind ins Kreis gefahren. Die sind selten schlecht. 100 Prozent. Immer nach links, Bruder. Hier sind Pferde. Hier ist alles, Bruder. Hier sind Kühe. Bruder, wir machen Leben auf Bauern. Bruder, Kühe, Mühe, alles. Bruder, Taktore. Hup mal, hup mal, hup mal. Bester Mann, Bruder. Ich hab einen Film-Palast. Nein, ey, wir sind bei einem schlechten Kino. Warum fährt der so komisch in irgendwelche Gassen? Stell euch mal vor, die anderen sind... Ich hab keinen Film-Palast. Film-Palast. Nein, das sah richtig kacke aus. Das sah Müll aus. Das sah richtig kacke aus. Nein, nein, nein. Ich kann nicht Back-to-Pack. Ich kann nicht Back-to-Pack. Die Hinfahrt war so ein Mischding. Ich hab mich gefreut, aber einerseits hatte ich einfach unnormal Angst, weil ich hatte keinen Bock nochmal dieses Müllding. diese müldliche Kino zu bekommen. Letztes Mal Weihnachtsmarkt war katastrophal und ich wollte einfach nur einen schönen Tag haben. Das war mir wichtig und das war die ganze Zeit in meinem Kopf. Ey, Bruder, das kann auf jeden Fall nicht gut enden, ja? Alter, wer hier in ein Dorf sein Kino geht, Alter, hat auch was falsch gemacht. Oder wer hier ein Kino eröffnet, Bruder, hat was falsch gemacht. Wir sind da, Leute. Mann! Come on, Digga! Vor Garages sind wir hier. Ich war in der Garage. Nein! Guck mal da drauf, Bruder! Riecht nach Kühe und nach Scheiße, Alter, ja? Boah! Die riecht nach Scheiße! Bro, es sieht echt nicht aus wie das beste Kino. Das ist ja gar nicht. Niemals bestes Kino. Hello, ich hätte gerne einmal Nachos. Nachos, Menü 3, zum Mitteln. Wer hat das gemacht? Da ist eine Tür und da ist ein Papier drauf. Und da steht Kino drauf. Und ich schwör, ich dachte schon, es wird eine Katastrophe, ja? Warte, sag mal kurz dieses Ding. Ups, da, 007. Das ist schon total heu leise, Digga, warte. Nööööö. Ich krieg hier grad meinen Arsch ab, ne? Boah, das ist krank, Bruder! Ja, wir haben das krank eingerichtet! Nein! Es hat sich mittlerweile ein bisschen geswitcht, weil ich jetzt eigentlich... Ey, das ist das! Das ist doch gut! Das ist das gute! Das ist das gute! Ich hab doch noch Bilder im Kopf! Nein, nein, nein. Scheiße! Das ist krank eingerichtet, Bruder! Ey! Ja? Bruder, das ist... Nein, Bruder! Ich dachte erst mal, wir haben ein gutes Kino und dann war Chappen, also war hart. Ich hab doch gesagt, wenigstens eine Heizung, ja? Hab ich keinen Stuhl oder was? Ich fiel in meinen Arsch ab, ich hab keine Jacke mitgenommen. Da kam... Hahaha! Ja! 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 Ja... Ja! Ja, ja, ja! 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 Ja, ich hab dir faster... Ja! Es war gut! Ja! 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 Ja, ja! Oh nein! Warum haben wir das gemacht? Ey, lass da rein gehen! Hier kommt der Glückschel nicht mehr! Ihr wollt, dass wir in ein schlechtes Kino gehen? Guck mal, wir gelandet sind! Ich mach keinen Spaß mehr, Bruder, ich bin sauer, ich bin auf Adrenalin! Ich hab den Messkino! Zieh deine Zähne! Zieh deine Zähne! Was machst du denn da, Bruder? Wie anders sah das aus? Oh mein Gott! Was ist das? Oh ey, wir haben einen Zettel! Stark, das ist stark! Ey, ey, ey! Neue Aufgabe! Die Captain muss vorlesen! Willkommen im Filmpalast Südenscheid! Eines der schönsten Kinos in Deutschland! Genießt euren Aufnahmen, habt Spaß! Damit ihr beim Film auch nicht hungern müsst... Ey, wir kriegen Essen viel kann! Haben wir reichlich Popcorn und Nachos vorbereitet? Das ist so eine Verarsche, ne? Da hinten, sagst du? Als erstes war Glügen! Ticke und holt euch so viel, wie wir wollen! So viel, wie wir wollen! So viel, wie wir wollen! Das ist respektlos, ne? Das ist echt respektlos! Aber was wollen wir damit machen, Bruder? Wir müssen jetzt Popcorn machen! So gut! Können wir reingehen? Hey! Ey! 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 Also ich sag dir ernst, schau den Kopf drauf! Auch wenn die das ganze Geld hatten, die ganzen Essen hatten, bei uns hat die Loyalität gezählt. Wir haben die Chips geteilt! Wir haben das Wasser geteilt! Wir haben alles miteinander geteilt! Niemand hat an sich gedacht! Keiner war egoistisch! Und das zeigt, wie krass unsere Gruppe war! Oh, war der lecker! Boah! Ey! Jungs, ich bin an der Popcorn-Maschine! So, Leute! Was wollt ihr denn haben? Ein, bitte, Ben & Jerrys, aber zwei Stück bitte für mich! Ich war Schokolade! Und noch ein anderes, bitte! Peanut Butter? Ja! Zwei Ben & Jerrys für Sie! Dankeschön! Ich nehm die besten Chips auf der ganzen Welt, Pringles, Hot, Spicy! Einmal Pringles, Hot & Spicy! Ich will sie! Lass meinen Tisch bauen! John, ey! Roll das mal hier, John! Ich sag doch, wir machen auch scheiße Gold! Ich schwöre, ich scheiß mal auf alles, denn das ist kein Jackpot hier! So! Oh, Mama Mia! Bello Pistazia! Ich wollte nur... Aber weißt du, was so geil ist? Wir haben so viel, wie wir wollen! Wie viel willst du? Oder vier! M, S oder L? Oder mach LL! LL! Drei Colas? Mehrzahl von Cola? Ist Cola einfach! Nick next! Warte, ich ruf meine Mama an! Ich schwöre, ich will meine Mama anrufen kurz! Mama! Weißt du, wo ich gerade bin? Ich bin im besten Kino Deutschlands! Und ich darf mir so alles aussuchen, was ich will! Ja, ich kann einfach so Popcorn nehmen und so alles! Ich bin hinter der Theke, guck hier! Oh, Mensch ist auch dabei! Wie geht's? Oder man sieht mich! Wie geht's dir? Grüß dich! Alles gut bei dir? Bei mir ist alles gut bei dir! Oh, Bruder! Oh, Bibi! 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 Mach mal alles da rein, Bruder! Das ist umsonst! Was mach ich denn? Ich muss das doch verteilen! Dummes Schwein, Alter! Und jetzt lassen wir es gehen! Jetzt hab ich doch Bock irgendwie! Salz immer unten, weil am Ende hat man so Bock auf ein bisschen salzig! Das reicht erstmal! Jetzt geh ich zum Süßen! Zack! Oh! Äh! Oh, Bruder! Oh, Bruder! Der kann singen! Der ist Millionär! Der kann tanzen! Oh! Oh! Ey, Jungs! Was für einen Film gucken wir eigentlich? Dürfen wir uns? Ah, da steht was! Oh! Team Kapitän! Es muss ein guter Film sein! Komm schon! Ich hoffe, ein neuer! Äh, Wonka will auch gehen! Wonka habt ihr euch genug Pfäftigung geholt? Ja! 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 Besucht euch jetzt unter dem Film einen aus, den ihr gucken wollt! Und genießt ihn! Wonka! Lass Wonka! Mir ist wirklich egal, was für einen Film wir schauen, solange wir zusammen die Zeit verfügen. Lass Wonka! Lass Wonka! Ey, das riecht gar nicht gut, ehrlich! Riecht mal dran! Bruder! Das riecht verbannend! Vielleicht nach Silvester, Bruder! Ja! Wonka geht! Let's go! Wonka! Das ist so schön! Das ist so schön! Dankeschön für alles! Das hat nach Benzin geschmeckt! Ich schwöre! Boah! Ey, Jungs! Ich schwöre mir gefühlt ja gut, ja! Jun, kommt rein! Oha! 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 huu! Na, oha! Da ist alles schon raus! Das pop! Es poppt! Ja! Ja, die kommt! Gehen wir alle weg, gehen alle weg! John! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Digga! Das ist der beste Tag in meinem Leben! Wo ist Omed? Omed? Ey, Bruder! Oh, Trost! Hier ist einfach eine Couch im Kino! Du kannst einfach so in den Film gucken auf mein Schwanz! Bro, was ist das? Einfach auf mein Schwanz so! Ey, das ist zu viel, Bruder, das ist wirklich krassig! Lass mal leise, lass mal leise! Ich glaub, die sind fertig, oder? Bruder, testen wir einmal, ob das gut ist! Muss auch einmal! Aus was besteht Salz? Aus Pfeffer, Bruder! Guck mal, was die Krankeste, die ich in meinem Leben gesehen habe! Was ist das? Oh, diese scheiß Lichter an und so! Es war das Heftigste, was ihr mal jemals gesehen habt! Mehr Lichter als im Montes Gaming-Zimmer! Ey, Thomas, Feuerwehr! Feuerwehr! Willkommen Sie schnell! Armin Loco! Zum besten Kino in ganz Deutschland! Gehört der beste Spieler auf der ganzen Welt! Fick, Messi, Ronaldo ist besser! Das ist eine LL-Position für dich! Large, Large! Was gucken wir eigentlich? Wir singen das mal wieder vor! Boah, Jungs, guck mal! Decke, Popcorn und jetzt singt um uns noch einen! Was will man mehr, ne? Genieß den Filmklassiker! Das... Sa... 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 Sandmann! Das Sam... Sam's! Das Sam's! Jeder Sitz sieht so krass aus, ich kann mich nicht entscheiden! Und das Ding ist, jeder Sitz ist auch anders bequem! Die anderen sind so, hier kannst du liegen... Die hier sind auch übergeil! Diese Ecken sind auch geistkrank aus, wenn man da hoch in die Ecken geht! Der ganze Kinosaal, wo wir waren, hat einfach 5 Millionen Euro gekostet! Also schon, also mit Abstand, der beste Kinosaal, wo ich jemals war! Ey! Huh! Boah, das Ding ist so leise! Ich hab keine Ahnung! Man fängt der Film an! Aber sollen wir den jetzt zwei Stunden gucken, oder wie macht das? Lass mal die anderen anrufen! Lass mal die anderen anrufen, komm, wir gehen auf die Couch! Boah, ey, es ist so kalt! Boah, ey, es ist so kalt! Und diese Piefen, Bruder, ne? Ich hab nicht drauf da an! Nein, 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 nein! Zeig mal, zeig mal! Zeig mal, zeig mal! Zeig mal unser Fernseher! Oh! Ey, Bruder! Ey, Bruder! Ey, jetzt kommt, jetzt kommt, Jungs! Wir durften aus dem Kino alles nehmen, was wir wollen! Alles, was wir wollen! Bruder, das ist aber vertrieben, Junge! Ey, Bruder! Alleine für euch! Guck mal, Ben & Jerrys! Ben & Jerrys! Popcorn! Alles, was wir wollten, wir konnten nehmen! Faro, Bruder, du bist glücklich, dass du alles nehmen kannst! Alle Süßigkeiten, ne? Guck mal weiter auf deinen 1-Zoll-Fernseher! Boah! Bruder, egal! Unsere Gruppe ist trotzdem stabiler als deren, Bruder! Erstes Mal Popcorn probieren! Wer hat das hier reingemacht? Wer hat das hier reingemacht? Mh! Machst du selber! Ja, deswegen ja! Das innere Kind aus mir kommt so grad heraus! Ey, es tut mir so leid, ne? Es tut mir so leid an dir, die wir grad zugucken und so gerne in dieser Situation wären! So wie ihr euch es vorstellt, genau so ist es auch! Ey, das Samst! Ich hab das Gefühl, ich esse nur Öl gerade, ne? Ey, könnt ihr eigentlich auch drauf? Nachos bekommen wir? Vielleicht mag ich eigentlich meinen Nachos! Willi-Baum-Karten! Ey! Wuuuuh! Die Vorhänge gehen auf! Hast du mal gezeigt, was das für eine Leinwand ist? Guck mal hier! Ey, Junge! Ah, sorry! Ja! Boah! Ah! Ich hab mit dabei gemacht! Von oben! Overhead-Speaker! Ey! Es vibriert! Es vibriert! Kino, bitte lauter! Warte mal! Oh! Es sieht so geisteskrank aus! Ach du Scheiße! Aber jetzt dürfen wir nicht mehr filmen! Ich muss ausmachen, fertig! Ey! Während ihr den Film genießt, gibt es ein kleines Spiel für euch! Ey, warte! Packt den Karton aus und spielt jedes Spiel jeweils, bis jeder einmal dran war! Viel Spaß! Ich hab's gesehen, Bruder! Benutzt die Sachen dort drin und genießt die Zeit hier! Welche Sachen drin? Komm, Sachen! Boah, scharf! Und? Also, jetzt müssen wir noch so eine Scheiße spielen, oder was? Boah, da ist Karolina Reaper drin! Ich schwöre, weißt du was das ist? Das ist die schärfste Chili der Welt! Ich hab die mal roh gegessen! Die sagen, du bekommst davon so Hammerschläge, so als Kopfschmerzen, Bruder! Ey! Ey! Massage-Dings! Oh mein Gott, Massage! Oh Mann, nein! Ich hab eins! Aber sind da nur die Schlechten? Ja! Ich mach! Ihr riecht doch scharf! Oh mein Gott! Bist du bescheuert? Ey! Oh mein Gott! Ey, hab mir das heute echt sass an, Bruder! Ey, das ist geistkrank! Hey! Hey! Jaha! Jalapeñatos! Okay! Steine, Bruder! Jalapeños! Ich schwöre auf meine Mutter, das ist scharf! Ich schwöre auf meine Mutter, das ist scharf! Ne! Nein! Nein! Okay, das ist krass! Andermals können wir jetzt einfach zocken! Andermals! Bruder, ich ess das nicht! Das ist die rote! Oh, Baby! Nein! Haha! Ich hab das auch! Bruder, Jalapeños ist schon scharf, ja? Ah! Ist das auf? Ist das auf? Oh mein Gott! Nein, nein, nein! Um euren Aufenthalt noch schöner zu gestalten, spielt einmal jeder gegen jeden FIFA auf der Leinwand. Allerdings kriegt der Verlierer des Turniers eine kleine Bestrafung, also schränkt euch an! Oh! Du musst raun! Oh! Ich hab kein Wasser hier voraus! So! Wir sehen rechts in den roten Trikurs Portugal-Omet mit dem Ballbesitz. Na hier, oh! Guter Pass! Guter Abseits! Kollege, hast du dir was von Abseits gehört, oder was? Die Schnauze! Ah, ich zieh den! 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 Jaaaah! Raphael, leh auf! Raphael, leh auf! Auf! Bei der Rolle! Bei der Rolle, bitte frei! Melitz frei! Ronaldo! Ronaldo! Yeah! Dann zwei Gegenspieler Messi! Messi! Sehr, sehr knapp! Sehr spannendes Spiel, muss ich sagen! Look, Digga, der kleine 80! Ah! Ich war auf meine Mutter, ich war so scharf, ja! Hat mir sehr viel Spaß gemacht! Ähm, empfehlenswert! Ne? Etmeterschießnetz! Jaaaah! Haha! Du kleine Bitch! Jumann, sag doch der Schafe! Ah! Boah! Ah! Ganz ehrlich, also no push, ich gewinne 100%! No pressure, du musst! Hab keinen Pressure! Hab keinen Pressure! Hab keinen Pressure! Jaaaah! Let's fucking go! Let's fucking go! Eigentoller Kinos! Er schieß weg! Er schießt ins eigene Tour einfach, weil das Spiel hängt! FIFA ist einfach das einzige Spiel, das dafür sorgen kann, dass man in so einem Kino auch noch sauer wird! Bruder, Marcel, komm hier, Bruder! Boah! Bro, ich brauche Schnell, Bruder! Armin spielt 1 auf Zeit, die ganze Zeit! Armin, ich schlag nicht durch, Armin! Ah! Das ist nicht wahr! Bruder, ich schießt ein Eigentor! Verliere wegen einem Eigentor einfach! Du bist so hässlich! Ich verliere 1-0 wegen einem Eigentor, weil das Spiel so Delay hat, Digga! Er ist Müll! Er ist Müll! Er ist Müll! Er spielt ganze Zweiter! Bruder, dir geht es meinen Tag gerade nicht gut, Bruder! Das entscheidende Duell, Abdallah, Verlierer muss die Bestrafung machen! Ich traf euch Bescheid, egal, es geht um meine FIFA-Ehre! Ich kann nicht zwei Spiele hinterher verliegen, die nicht bei FIFA spielen! Ich bin für die FIFA-Community! Ich mach das für euch! Bravo! Bravo! Fress, Ovid! Oh mein Gott! Guck, warum ich stinkne, in der Pfüze! So ekelhaft, aber! Oh mein, Pfüze! Ey, bitte, das ist für Wollerstein-Bittor mit, Digga! Ich kotze gleich! Das ist ja für Loko! Das wäre einfach witzig! Oh mein Gott! Oh, bitte, mach! Da ist dein Spiel! Mach das gleich! Klai! Klai! NICHT! Jaaaa! Ich bin da! worauf! Faro mit einem Aufbaufehler! Und Hammeld Loko mit dem entscheidenden Tor! Oh Mann! Ach daller! Oh, Mann. Was ist die Bestrafung? Jetzt, jeder nimmt einfach ein. Ich schwöre, jeder nimmt einfach zwei Stück. Drei Stück hab ich. Cheers, meine Freunde. Kau, Kau. Bei Kauen, da kommt die Kacke raus. Ah, hier ist irgendwas auf Dalla. Oh, nein. Es ist kein Hotchum oder so ein Scheiß. Oh, Mann. Es gibt halt wirklich Kotze als Geschmack. Das ist krass. Äh. Ich kreuz, ich kreuz. Der hier stimmt so geisteskrank. Warte. Oh, mein Gott. Das ist so ein stinke Kinngefahr, Junge. Das kann ja auch gut sein, oder? Ich sag, es ist schlimmer, nachdem man ganz viel Eis und Popcorn hatte. Das ist was Gutes, ne? Das ist was Gutes. Ich hab noch nie bei dem Glück gehabt bei so einer Scheiße, ne? Die anderen Jungs, ich hoffe, ihr habt einfach Spaß. Genießt das Leben, weil das Leben geht so schnell zu Ende. Und deswegen genießen wir auch gerade die Zeit hier. Wir haben echt Spaß gerade. Ich ging wie ein Ägypter, hab mit Augen geweint. Ja. Was ist das? Dishwash. Ah, gespielt. Dirty Dishwash. Das ist das hier, ne? Dirty Dishwash oder Birthday Cake. Birthday Cake wäre so geil, Digga. Mach einfach. Drei, zwei, eins. Dirty Dishwash. Dishwash? Boah, Digga, stink geil. Mein Platz auch nicht. Und wir singen diese Lieder, tanzt mit Tränen in den Augen. Das andere Glaube. Shit. Verrottetes Ei. Dreimal bei dir ist das letzte also. Verrottetes Ei ist viel schlimmer als Dishwater. Dankeschön, Bruder. Du weißt, das wird kein Verrottet, das Ei rein. Hä, wie kann man so lange kauen? Ehrlich jetzt? Hast du Eier und machst du noch eins? Nein, noch ein bisschen. Das war aber ein Glück gehabt, Digga. Uh! Wir gucken Sie gerade mal. Wuhuuu! Wuhuu! Wuhuuu! What the fuck? Leute, der Film ist vorbei. Mein Magen ist so voll, Digga. Und der Film war echt cool. Digga, wir konnten sogar Blazey zucken. Das war echt krass. Digga, Playstation offline was hab ich auch nicht gehabt. Sag ehrlich, ich will eigentlich nicht weg hier. Die Sofa hier ist gemütlicher als das Sofa bei mir zuhause. No cap. Wir hatten extrem viel Spaß. Vielen, vielen Dank an das Kino für die Bereitstellung, dass wir hier chillen durften. Filmpalast in Lüdenscheiden. 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 Besuch lohnt sich auf jeden Fall. 100 Prozent. Danke fürs Anschauen. Danke Hamid, dass ich da teil sein durfte. Gerne, gerne. Danke euch, dass ihr da wart. Es war ein sehr geiles Video. Dadurch, dass wir hier im besten Kino waren. Und es hat extrem viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es viel Spaß gemacht. Was ihr nicht wisst, ist, dass dahinter extrem viel Arbeit steckt. Und nochmal viel, Digga. The Real Talk. Lasst ein Abo da. Road to 6.000? Yes. Lasst ein Like da, ganz wichtig. Teilt es. Schreibt mir in die Kommentare, wie es fallen. Eins bis zehn. Plus Vorschläge, was man da macht. Fürs Nächstes, ja genau. Haut rein. Ciao.